Ich wollte eine Geschichte erzählen über einen Ort, über einen Lieblingsort von mir, der ganz, ganz toll sein kann, ganz kuschelig und weich, aber der kann auch ein großes Verhängnis sein, wenn man da zu viel ist. Das ist ein Lied, wie Alkohol, Peringen und ich habe mich entschieden, einfach zu gehen. Konrad hatte ein Pencil in Blumen, oder war es Gregor, oder war es Tobi? War es Konrad, oder Gregor, oder Tobi? Er war ein kleines Bild für uns. Natürlich öfters auf meine Karte gucken, weil ich die natürlich nicht in meinem Kopf habe. Und so ist es dann passiert, dass ich einen Kuriosen entdeckt hatte, nämlich eine Straße, die direkt durch einen See führte. Da habe ich mir gedacht, das ist ja spektakulär, durch einen See, eine Straße, da musste ich hin. Als ich wieder erwachte, und als ich wieder mein Bewusstsein war, oder alles wieder bewusst wahrnehmen konnte, wusste ich noch nicht genau, was los war. Also, all around was war war, wie das outside war war. Ich habe ein Abandoned Kastel, auf einer Helle. Ich dachte, das war wirklich cool. Erstens, ich dachte, Kastels waren wirklich cool. Und dann gab es ein Feuer, ich glaube, von Lightning, oder so. Der Kastel war, aber natürlich, es war stone, also es war. Aber all die wood parts war, und dann wurde es Abandoned. Und so, jetzt ist es so, ja, Kastel ruined, aber es ist nur 100 Jahre alt. Es ist nicht von der Medievale Zeit. Und das war mein absoluten Favourite. Und, ja, es war einfach so. Und, ja, es war einfach so. Aber es war einfach so. Und da die Windelsills, das war, so. Es war ein Trunk und da war ein Bruder. Und zudder ja wirklich auf die Bühne, und als Grund für alle, die Wilde, die... Und Da sind so viele Dinge. Um alle Worte. Das war ein Magical Realm. Also was ein Magical Realm. Und dann, auf die walls, waren diese Dörren, die leden zu eine Crawlspace. Ja, und die Sache war, dass da ein Dresserer war, und die Bede war in den Weg von diesen Dörren. Du könntest sie nicht öffnen. Es war eine Dörren, aber das war mit einem kleinen Trunk- und Stuhl-Casen. Und diese Dörren waren 4-feet-tall, weil sie der Schlamm des Rufs sind. Aber ich und meine Brüder waren, wie es Dwarfs sind. Und ich war, wie es das Dörren ist. Und ich versuche, die erste Dörren, die erste Dörren, die größte Dörren. Und es war ein Tunnel. Für Wasser, es war ein Tunnel. Es war ein Tunnel, wie ein Tunnel. So, was wir gemacht haben, ist, wir cutten es um den Tunnel. Und dann, wir in den Tunnel, um die Dörren zu cutten, die Dörren auf den anderen Dörren. Und auf den anderen Dörren waren nur Dörren und nichts. Das war unser Traumland. Die Dörren, um es zu nie zu erreichen. Ich glaube, sie haben uns die Pigs, die Pigs aus dem Artikeln. Praktischerer, um es zu gehen. Wir gehen nach unten. Und es gibt zwei Dörren nach unten. Die Dörren auf der rechts und die Dörren auf der links. Ich versuche den Mittelpunnel. Die Kreise zogen sich immer enger zusammen. Was außerhalb dieser Kreise war, konnte ich immer deutlicher erkennen. Durchaus auch, woraus diese Kreise bestanden. Manchmal, mit einer neuen Information, bekam einer der Kreise eine Delle. Und ich drohte, aus der Bahn zu stürzen. Zu tanken. Aber das war's auch. Du sagst das. Er hat einen Kampus vom Bergfeld. Ich weiß nicht. Ich glaube, er hat. Aber ich sah dann, und das See sah aus wie jeder andere See auch. Nur keine Straße führte ihn durch. Dann erkannte ich, dass ich den ganzen Weg sonst gefahren bin. Denn diese Straße existierte nicht. Sie waren nur ein Flugfehler. All the big artificial mountains back in the neighborhood. Artificial mountains, artificial lakes. And the mountains, they were quite high in the mountains. So, got back out of there and went to the final tunnel, the furthest tunnel. So, she saw a machine in the forest who picks up the trees and cuts it and puts it on the back, shredders it and puts it on the truck. You know, like to come. Like to see huge emptiness. And just like, like the, like sticks and leftovers on this war field. Have you ever seen trees maybe? Trees mostly quite the same. Yeah. It takes a long time to, to, yeah. To see their individuality. Because trees are individual. They are individuals too. And I looked up and there are all these mud nests. From all these mud birds, you know. That, uh, obviously weren't too excited about me being there. So they started, even though it was still pissing down rain, were freaked out and started to just come out in droves. And I was watching them all so I'm just amazed by how many little birds fit in each hole. And they slowly kind of filled the sky, you know. And I just became enchanted by this place. There were some ravens we were told about that should be in some forest. And you could, they, people told us, yeah, you'd be able to hear them and they make, ah, ah, ah. Klänge, Melodien und Rhythmen zogen mich dann aber trotzdem immer wieder auf die Kreislinien zurück. Es ging weiter. Neue Informationen, die die nähere Umgebung dieses Ortes beschrieben, kamen hinzu. Auch was in dieser näheren Umgebung während der Zeit, in der ich angeblich dort war, geschah, wurde mir berichtet. Und die Kreise verringerten ihren Values. I was really upset and I was crying and I went there and I was really disturbed and kind of like sobbing. Sobbing, heaving sobs, you know. Inconsoble. And these dragonflies just started to land on me. At first it was like one and I kind of was like . But then I kind of just watched it and it didn't leave and then more and more. Until they, I mean they weren't covering me but they were landing all over me. And they had this weird red color. This kind of blood red. And I just felt them kind of eating all of my negativity, all of my negative energy. Until I felt really happy. I mean really, really at peace. Really blissful. And you know, I was also starting to ache a little bit. So I moved around and they all flew away. And I looked up. And this was really weird. But I looked up and standing right above me kind of on the bank, the far bank of the creek, it was a coyote. Because the dog was actually a really dangerous dog. Nach and nach wurden die Ereignisse außerhalb des Kreiskernes wichtiger. Und die Motivation, unbedingt alles über diesen Ort zu erfahren, sank mit der Freude an den Dingen, die ich wieder wahrnehmen und ausführen konnte. And he built an aeroplane of this material, you know, that, so of a certain material. And then we went up walks, chilling up the hills. And he put down this aeroplane. I remember it really well. And he was really good. He started engineer later. So he was really good at this time. And this aeroplane was really beautiful and flowing, you know, in the sky. And then my dog, he runs after it. And all the kids, he especially, he said, My aeroplane is kaput. I kill you and your fucking dog. You know, it was a big German chef, right? And I was, oh God, oh God, the dog will destroy it. You know how it is. It was incredible. He took the aeroplane so carefully in his mouth. Completely careful. He brought it back and put it in front of his feet. The aeroplane was 100%. He was just staring at me. Pretty fucking scared. You know, like, he hadn't noticed me because I was being all still. And I was just right there. And he was just right there. Ganz ließ er mich nicht los. Und bei Zeiten befinde ich mich auch noch auf seinen Umlaufbahnen. Allerdings scheint mir jetzt doch eines klar zu sein. Dieser Ort trägt keinen wirklichen Namen und besteht aus nichts. Und dass ihr von eurem eigenen Schnarchen aufgewacht seid. Halfway zu 7. Chueln. Lostheuer. Joseph Eunisch.